Ihr wolltet dieses Jahr von den Hochschulgruppen wissen? Ja, wie sieht es denn aus mit den Wohnungsräumen? Also werden die bezahlbarer? Könnten wir die BIP-Zeiten verlängern? Difficult that we find German classes. Warum lässt man in Bockenheim alles schleifen? Könnte man vielleicht Körbe anschaffen, damit man seine Sachen nicht in der Hand in die BIP tragen? Die erhöhte Nachfrage nach Studienplätzen korreliert nicht gerade mit einer Erhöhung der wissenschaftlichen Mitarbeiterstellen. Wann wird die Hochschule im Sinne einer Demokratisierung auch mal ihre Haushalte öffentlich machen? Vom 29. Januar bis zum 1. Februar wählen wir das Studierendenparlament. Wie jedes Jahr stellt UTV die verschiedenen politischen Hochschulgruppen in der Wahlkabine vor und konfrontiert sie mit euren Fragen. Piraten Hochschulgruppe, wir sind wieder da. Wir werfen ein Auge auf eure Themen. Ich glaube, das war von dir. Oh ja, danke. Wir wollen dieses Jahr endlich mal eine Digitalisierung der Bibliothek durchsetzen. Es kann nicht sein, dass sie nur in Papier vorhanden sind. Außerdem setzen wir uns ein, dass die versunkenen Campi wieder mehr Beachtung bekommen. Darunter fallen zum Beispiel Ginnheim, Riedberg, Rockenheim und Atlantis. Und wir wollen eine Beibehaltung des Cartier Latins. Es kann nicht sein, dass die Karnevals, Faschings, Fassennachts, nennt ihr es wollt, aber die Veranstaltung in Frankfurt nicht mehr stattfindet. Piraten Hochschulgruppe, was kann denn schon passieren? Nur Gutes. Ich glaube, ich muss dich nachjustieren. Oh ja, danke. In der digitalen Bibliothek gibt es keine Öffnungszeiten. Leider braucht man aber Platz zum Lernen. Darum fordern wir, dass die Seminarräume geöffnet werden. Weil wir sind keine Bits. Wir brauchen ein bisschen Platz. Ja, liebe Studierende. Die Frage ist doch, was soll sich in eurem studentischen Alltag verbessern? Wir von der Legolaren Hochschulgruppe sind der Meinung, einiges. Du sollst entscheiden können, wann du lernst. Deshalb sind uns 24 Stunden Bibliotheken ein besonderes Anliegen. Außerdem wollen wir uns dafür einsetzen, dass der Semesterbeitrag, der übrigens einer der höchsten in ganz Deutschland ist, günstiger wird. Dazu wollen wir die intransparente Verteilung von studentischen Geldern stoppen. Ja, und derzeit sind wir dabei, uns aktiv auf dem Campus Liedberg bei einer studentischen Kneipe einzusetzen. Und darauf würden wir gerne mit euch anstoßen. Also, selbstbestimmteres Studium, günsteres Studium und eine coole Kneipe. Also, vielen Dank für eure Stimmung. Vielen Dank für die perfekte Frage, denn es ist unser Hauptanliegen der liberalen Hochschulgruppe, zu erfahren, wo genau unsere studentischen Gelder überhaupt hingehen. Ja, wie eben schon gesagt, setzen wir uns für eine transparentere Beteilung studentischer Gelder ein. Denn weißt du, wohin dein Semesterbeitrag geht? Liebe Studierende, es geht wieder an die Uhren und die Darat jetzt steht wieder zur Wahl. 2017 habt ihr uns ein fabelhaftes Wahlergebnis beschert und wir konnten viele eurer Wünsche umsetzen. So erhält zum Beispiel jeder Medizinstudierende ab sofort eine Gratis-Ambus-Lizenz. Außerdem erhalten wir 100 Euro mehr Aufwandsentschädigung im praktischen Jahr. Wir haben uns wie versprochen auch um die campus-eigenen Projekte gekümmert, wie zum Beispiel das Lernstudio, die Teddy-Klinik oder mit Sicherheit verliebt. Das heißt Kontakte vermittelt, mitorganisiert, Ausrüstung und Finanzierung sichergestellt, aber wir haben immer noch Hunger. Und wir haben immer noch keine richtige Mensa. Deshalb begleiten wir den Bau und die Planung der neuen Mensa zusammen mit der Klinik, der Universität und dem Studentenwerk für genießbares und bezahlbares Essen am Campus Niederrath. Gib uns deswegen dieses Jahr wieder deine Stimme. Für dich und deinen Campus. Dafür müssten wir erstmal eine Mensa haben. Denn wir auf dem Campus Niederrath haben leider nur eine Betriebskantine, die dafür auch schon um 14 Uhr schließt. Für die ist nicht das Studentenwerk zuständig, sondern unsere Klinikumsleitung, mit der wir bereits in Verhandlungen stehen. Unsere Priorität liegt allerdings auch darauf, dass das Essen endlich vor Ort frisch zubereitet wird und nicht wie bisher tiefgekühlt angeliefert und dann aufgetaut. Was aber nicht heißt, dass wir uns nicht auch mit der Klinikumsleitung zusammensetzen wollen, um über verlängerte Öffnungszeiten zu diskutieren. Vandalismus, Anfeindungen, extremistische Ideologie, aufgeblasene Debatten bis um 1 Uhr nachts. Kaum zu glauben, aber das ist Hochschulpolitik hier in Frankfurt. Wir vom RCDS, die Studentenunion, stehen für eine Politik der Mitte, die jeden erreicht. Eure Gelder werden unter anderem hier viel verschwendet. Die Finanzierung der marxistischen Pseudo-Gewerkschaft Unterbau. Die Mitgliedschaft in der linksextremen Lobbygruppierung FZS. Die coherenten Druck- und Portokosten könnten wir dann durch die Digitalisierung der Asta-Zeitung einsparen. Das sind nur einige Beispiele für die dubiose Haushaltsplanung des Asta. Mit all diesen gesparten Geldern könnten wir Dinge realisieren, die wirklich relevant sind. Längere Mensen-Bibliotheksöffnungszeiten, kostenloses Drucken und eine gleichzeitige Senkung der Semesterbeiträge. Dafür brauchen wir deine Stimme. Für den RCDS, die Studentenunion. Für uns als Studenten ist die Problematik mit dem bezahlbaren Wohnraum hier in Frankfurt natürlich auch allgegenwärtig. Fraglich ist bei dem ganzen Thema allerdings nur, inwiefern wir das alleine über die Hochschulpolitik tatsächlich effektiv angehen können. Wir wollen daher einen engen Draht zum Präsidium halten und weiterhin den Kontakt ausbauen, um eine Lösung auf diese schwierige Frage zu finden. Außerdem wollen wir mit der Kommunalpolitik arbeiten und nicht gegen sie. Und mit etwas Glück werden wir in Zukunft mit unserer CDU-Oberbürgermeisterin in diesem Thema auch eine sehr starke Ansprechpartnerin haben. Wir von der Juso-Hochschulgruppe wollen in diesem Jahr alles dafür tun, dass der Asta wieder in der Landespolitik mitmischt, um für die Interessen der Studis zu streiten. Denn die Senkung der Studiengebühren, ein günstigeres RMV-Ticket und mehr bezahlbarer Wohnraum sind Themen, die im Hessischen Landtag entschieden werden. Doch auch vor Ort setzen wir uns für bessere Studienbedingungen ein, wie zum Beispiel die Abschaffung der Anwesenheitslisten, längere BIP-Öffnungszeiten und mehr Seminarplätze in allen Fächern. Genauso wie für konkrete Verbesserungen im Unialltag, wie Abendmensen und den Ausbau des fleischlosen Angebotes. Auch den Erhalt des Catella Tain, ein eigenes Studiehaus für den Riedberg und Awareness-Strukturen an allen Campi gibt es mit uns. Wir stehen für eine Politik der offenen Türen. Wählt die Jusos! Das Offensichtlichste wäre natürlich, wenn die Uni aufhören würde so rumzugeiern und mehr Geld in die Hand nehmen würde für entsprechende Angebote. Es gibt zum Beispiel das Projekt Starker Start ins Deutsche. Dabei werden Studierende erst drei Monate darin geschult, Deutsch zu unterrichten, um sich anschließend in Deutschkursen ehrenamtlich zu engagieren. Auch sollte die Uni gewisse Anreize für Studierende schaffen, zum Beispiel Credit Points, damit man sich da auch engagieren kann. Wir sind die Grüne Hochschulgruppe und setzen uns für soziale, ökologische, demokratische und emanzipatorische Inhalte ein. Mit der AStA Fahrradwerkstatt wollen wir im April zum Sommersemester eines unserer großen Projekte abschließen. Unser nächstes Vorhaben ist die Vergünstigung des RMV-Semestertickets. Wir wollen, dass die Landesregierung das Semesterticket auch subventioniert. Weiterhin werden wir gegen Sexismus und für Gleichstellung kämpfen. Einen weiteren Schwerpunkt setzen wir auch bei der Arbeit gegen die zunehmende Ökonomisierung und Verschulung des Hochschulwesens und für bessere Studienbedingungen an unserer Uni. Die Unileitung legt bei der Instandhaltung und Betreibung leider Mehrwert auf die anderen Campi, sodass kaum noch in den Campus Bockenheim investiert wird. Das liegt auch daran, dass die Uni zeitlich im Bebauungsplan sehr weit zurückliegt. Darunter leiden insbesondere auch die Studierenden. Wir warten immer noch auf die Fertigstellung des neuen Studierendenhauses am IG Farben Campus. Ich bin Matthias von der Fachschafteninitiative Demokratische Hochschule. Wir wollen eine Hochschule, an der wir unter guten Bedingungen studieren und an der wir studentische Kultur feiern können. Dafür setzen wir uns gegen Leistungsdruck ein, etwa durch Anwesenheitslisten oder durch unflexible Prüfungsordnungen. Dafür sind wir vernetzt mit den kritischen PsychologInnen, der kritischen Juristik, verschiedenen Fachschaften und der Hochschulgewerkschaft Unterbau, gerade auch auf dem Riedberg. Außerdem unterstützen wir studentischen Freiraum, etwa das Tuka, die Trinkhalle, das Kaffee an der Blume oder das Random White House oder das Com in Niederrad. Dort können wir jenseits einer verwalterischen Hochschule lesen, lernen, trinken, tanzen und feiern. Für eine solidarische Universität und für Bier als Pausenbrot, Liste 8, FDH wählen. Der Verwaltungskostenbeitrag stellt nichts anderes als versteckte Studiengebühren dar. Sie müssen aus dem Studierendenbeitrag gestrichen werden. Dafür setzen wir auf verschiedenen Ebenen an. An der Goethe-Uni machen wir Druck auf das Präsidium, um hier schnelle Lösungen zu finden. Auf Landesebene vernetzen wir uns mit den anderen Asten, um hessenweit versteckte Studiengebühren abzuschaffen. Bundesweit sind wir im Aktionsbundnis gegen Studiengebühren aktiv, um gegen die geplanten oder tatsächlichen Studiengebühren in Baden-Württemberg und NRW vorzugehen. Auch für die kommende Wahl in Hessen werden wir das Thema kritisch begleiten. Denn wer Studiengebühren, ob versteckt oder nicht, fordert oder billigt, hat die Kontrolle über seine Programmatik verloren. Ich bin eine Frau. Die Geschichte der Frau war bis heute die Geschichte ihrer Ermordung. Ich sehe nicht, wie man Ermordung wieder ausgleichen kann, wenn ich durch einen Akt neuerlicher Gewalt... Was meinst du? Du vergisst, Nora, dass Kapital und Firmen-Eigner einen immer kleineren Teil des Gesamteinkommens bekommen. Das erscheint uns als Fortschritt, gemessen an den vielen Morden, die an uns begangen wurden. Jetzt dürfen wir immerhin am Leben bleiben, Nora. Hier wird alles abgerissen und verkauft werden. Das heißt, verkauft ist es schon, abgerissen noch nicht. Die Sozialdemokratie ist der beste Garant, dass nichts mehr über unsere Köpfe hinweg geschehen kann. Außer, dass eure Köpfe rollen dürfen. Diese Frage stellen wir uns auch. Wir denken, das hat mit dem kapitalistischen System zu tun, was Wissen und Bildung klassenförmig anordnet. Faktisch lässt die Universität die Studierenden am ausgestreckten Arm verhungern. Entweder man hat die Möglichkeit, sich das zu leisten, Nachhilfe, Bildung und gleich damit den Mangel an Lehre aus. Oder eben nicht. Und damit wird man wieder vor eine Klassenfrage gestellt, vor die Möglichkeit, kann man es sich leisten. Und hier werden gerade proletarische Studenten und Studentinnen aus den universitären Räumen wieder verdrängt und müssen die Uni ohne Abschluss verlassen. Jürgen Abermaß Jürgen Abermaß Jürgen Abermaß Jürgen Abermaß Jürgen Und Kate thers Jürgen Abermaß Jürgen Butik Will's und sonst geht's dir schlecht. Hey, mit Tanktop und Popgar geht's rein ins Finanzamt, holt die DL3-Sitze, wünscht was reicht für den Anfang, Fraktionsgeld, Korruption, mehr Kohle erstmal essen geht, wir sind für euch das Ende, so wie die Koko für die SPD. Danke Merkel, wir machen die Jusos platt und destillieren uns an Schnaps nur noch aus Hustensack. Aber jetzt wird zugepackt, wir sagen Gute Nacht und wir verbrennen eure Fahnen dann in einem U-Bahn. Schach ist schon wieder Wahl, jetzt werden Messer gewetzt. In dieser Wahlkabine hat noch keiner besser gerappt. Hey, von Gutleut in die beste Gang, wir sind jetzt Veganerinnen. Selbst die Grünen Secondhand, Grüne schon in klarer Stimmung. Die DL, jetzt wird um Stupa Zubruns verdient. Wir treten durch die Tür, als wären wir Jusos auf Speed. Erzähl der erste Vierte. Erzähl der erste Vierte. Wir sind hier. Wir sind hier.